In der kommenden Woche werden wir einen gewaltigen Temperatursturz erleben. Zuvor wird es vor allem im Süden und im Südwesten sommerlich warm mit bis zu 28 Grad. Und hier ist dann der Kontrast von Sommerwärme am Wochenende hin zu einer sehr kalten nächsten Woche. Besonders groß, das wird noch eindrucksvoll. Jetzt am Wochenende kann sich Sonnencreme als sehr nützlich erweisen, damit man am Ende des Wochenendes nicht wie ein Hummer aussieht. Denn unter Hochdruckeinfluss wird vor allem im Süden die Sonne oftmals scheinen. Hier ist diese großräumige Hochdruckzone eingezeichnet, aber auch das kalte Islandtief. Und die Kaltduft, die wird uns dann kommendes Woche volles Rohr erwischen. Komme ich gleich drauf zu sprechen. Zunächst der Blick auf den Samstag nach örtlichem Frühnebel. Viel Sonnenschein hier in der Südhälfte. Im Norden gibt es auch freundliche Momente, aber teilweise auch dichtere Wolkenfelder. Die tun aber nichts. Verbreitet bleibt es den ganzen Tag trocken. Die Höchsttemperatur direkt an den Küsten, meistens bei 13 bis 19 Grad. Sonst für die meisten 23 bis 28 Grad. Vor allem in der Südwesthälfte wird es vielerorts sommerlich warm sein. Das Ganze bei schwacher Luftbewegung im Süden. Im Norden weht der Windmäßig, wird am Sonntag zulegen. Da werden die Wolken hier ein bisschen zahlreicher, die Temperatur schon ein bisschen niedriger. Nur im Süden gibt es nochmal einen richtigen Sommertag mit bis zu 27 Grad. Und am Montag beginnt der Wettersturz. Teilweise mit Graupelgewitter, mit kräftigen Schauern. Im Westen mit viel Wind. Und die Temperaturen, die hier angeschrieben sind, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Die Folgetage wird es noch wesentlich kälter. Auch Schnee ist wieder geplant. Mehr dazu hier im Sieben-Tage-Trend.